Alter was ging denn hier ab? Vor allem wie der jetzt noch scheiße machen wollte Ja ich weiß, es muss lieb ich, Alter Wenn die einen noch am Leben lassen und danach zu sterben einfach, Alter Keinen Kill bekommen Oh, es muss lieb ich, da kann ich so was dann heulen Ich hab die Tür gehört, hast du gehört? Das ist dein Team, oder? Ich bin schon bei euch oben, ne? Ja Hast du grad ne Tür gehört? Ich wüsste jetzt nicht, keine Ahnung Alter, jetzt haben wir hier ernsthaft drei Leute genutzt, also Oh, achso ihr lauft, okay Hab ich aber hier einen schießen gehört So, Alter, jetzt bin ich schön ready eigentlich, Tim, äh Nico, brauchst du irgendwie Heilzeug? Wie viele Leute waren das jetzt zwei, oder? Drei haben wir genutzt, oder? Drei, ja Äh, wo ist die andere Kiste? Äh, da dringt alles Ja, ich hab vier Verbände jetzt noch Ich hab auch Energy drin, was du draus Wir müssen jetzt erstmal weg, Leute, ne? Warte ganz kurz Ah ne, die fängt ja noch gar nicht ran, die Zone Äh, wir haben noch Zeitzug drin Eigentlich schon, ja Wir müssen eh nicht weit laufen Mh Looten wir das Haus halt noch Habt ihr von unten hochgelootet? Also ich net, ich bin gar net, ich bin hochgerannt gleich zu dir In dem, wo wir jetzt drin sind, oder was? Ja Okay Also ich bin da zum Looten gekommen Hä, da waren die Leute da draußen Warte mal ein ACP, Muni Ja, 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 hier ein bisschen Rucksack Rucksack ist hier bei mir Rucksack Wo? Oben? Bei mir Warte, ich komm Doch unbedingt einer, ja Wo? Hier drinnen im Raum Bei mir Hier ist ACP, ok? Hier, 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 hier Äh, Alter, ich hab keine mehr, ich hab keine mehr, sorry Hat jemand da weiteres Magazin für eine MP? Ähm Ähm Äh, ja Echt nice Ach AR und Du brauchst es selber, oder? Doch, ich hab's Ich nicht, ich hab AKM Ups Ich hab AKM Du brauchst ich andere Waffen, oder? Ich kann eins geben Ja, hier, hier, hier Ich hab, ich hab einen Vektor Ja, danke Hat jemand ACP? Ja Braucht ihr's? Weiß ich net, ne Hier liegt hier 60 Schuss Danke, hab ich wenigstens gescheitert Hast du's 5,56? Äh Was? 5,56? Äh, ne Äh, das, 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 äh, für die Vektor, äh, äh, Dutchia Griff Dacia, was? Bäh A Dutchia Griff, oder was? Ja, lass Leute was gehen, halt Komm, hopp, 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 hopp Bei Westen Ungefähr hinter dem Baum ist er gerade Nee, nee, den Der kommt nur so auf uns zu Ich hab ihn viermal bis hier Ich versuche den mal wegzunatzen Hä, jetzt kommt er hinterm Baum vor, auch da ist er Ja, wobei der läuft gerade noch so schön Lass mal noch ein wenig näher hin, oder? Drüben felsen zwei Stück Wo? Ne, an der Schule ist einer Ach ja, stimmt, ich sehe beide Die zielen auf den, ne? Lass den Berg drauf laufen, lass den Berg hoch Oder er legt sich in der Typ Oh, ein Baum ist auch noch einer Bei, bei, bei Westen, genau bei Westen, ne? Pass auf, links Oh, fuck, Alter Was, links? Ja, links sind noch einer Zwei Stück, zwei Stück Boah, hoch hier, hoch hier Stell dir hin Alter, wenn's denn so ruckeln wird Links sind zwei Das ruckelt so abnormal, ich kann nichts machen, ne? Das kann doch nicht sein, wieviel halten die denn auf Ja, ich muss sie dann eben jetzt mal kurz Zielt mal kurz Das ruckelt so heftig, Alter Ich, oh, diese scheiß Standbilder, Mann Das kotzt mich so an Ist doch kein Wunder, dass ich ständig abkratze wegen sowas, ey Ich kann da nichts machen in dem In der Notsituation oder so Ich kann da überhaupt nichts machen, ey Fuck, ich hab sowas Oh, da unten ist ein Buggy Da passen dann auch wieder nur zwei Leute rein, aber wir machen so, einer rennt, ich fahr schnell rein in die Zone rein, ja, weil du hast weniger Leben, stimmt, dann fahr ich dich zuerst in die scheiß Zone rein, dann fahr ich nochmal zurück, wobei, hier ist ein Motorrad und ein Buggy, nice, ich fahr mit dem Motorrad mit, ja, egal, fuck, okay, hab das Motorrad, einer steigt einfach schnell auf, ja gut, du bist lieber davon, ja, ich geh zum Buggy, Geil dich Jo Was ist das für ein Motorrad eigentlich? Na, na, hallo, irgendwas Schwules Du hört dich zumindest an Wir fahren gleich ein weiter in die Mitte, würde ich sagen, am besten hier so irgendwo Der war ein bisschen hinter uns Wir müssten eigentlich so ein geiles Rennen machen Boah Äh Ernsthaft, wie ein Beschuss Ja, Alter, jetzt übertreibt mal hier, weil ich verliere gar keine Leben, oder so minimalen Striche, oder so, wie das gleich ist Geil, weil mich es nicht rumgeschleudert hat, einfach Danke Hast du ein Leben zum Aufladen, irgendwas? Ja, ich hab ein Erste-Hilfe-Koffer Boah Achso, das ist der Stefan Alter Alter Das Bein hat mich was genutzt Ich fahr bei dir mit, Stefan Blauer Wind, ne? Ja Alter 48 Leute leben doch der Schiss, schade Achtung nein Wenn es halt nicht noch so übelst ruckeln wird jedesmal, der stockt bei jedem Scheiß dieses Mistgame, Alter. Das fuckt mich so ab, ey. Achtung. Oh, oh, oh. Oh, ein Stein. Oh, oh. Ey, jetzt bin ich schon wieder hingeflungen. Kotz mich schon. Alter, wie weit geht diese Scheißzone noch weg? Bist du gleich da? Ja, aber die ist schon wieder ein wenig weggegangen. Ja. Hopp. Wollen wir looten oder? Echt? Wir wollten ja noch Zeug, oder? Ja, schon. Ja, gut. Dann laufen wir halt dann. Und wir können die Teile doch auch mitnehmen dann. Schaffst du es? Schuss und rechts. Echt? Aber nicht nach mir, keine Ahnung wohin. Aber die hören uns halt dann so heftig, deswegen sehen wir es weiter. Das stimmt ja. Achja, ich hab's auch gehört jetzt. Ey, das Motorrad fährt und kippt die ganze Zeit um, ist das bei euch auch so? Ja? Nope. Hä? Alter, ich glaube ich ziehe einfach eine braune Hose an. Alter. Habt ihr geschossen? Ne, 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 ne. Ich hab's gehört. Oh ja. Ja, ich seh nicht. Der ist im Wald bei... Zwischen Süden und Südwesten. Zwischen 195 und 200. Okay, jetzt ist er hinter Mügel. Oh, da vorne ist einer. Äh, genau zwischen Süden und 195. Da ist einer. Der ist an dem Baum gerade dran. Ich stell ihn auf ungefähr entfernt. Ach, bei dem Buggy da, oder was? Hab leider keine Scheiße. Nee. Der schaut, schaut oben auf die Dings zwischen Süden und 195. Ey, Rottennick. Ja, da ist doch ein Buggy. Na, ey, schau doch genau... Ja, ja, das siehst du nicht. Ich seh ihn sogar ohne Visier. Ach so, warte. Aber nett, nett schießen. Nur wenn wir uns sicher sind. Lass sie sicher. Die sollen sie erst mal selber killen. Ja, ne, ich hab was bei dir übrigens. Guck mal her. Ich sehe da keinen. Keine Ahnung. Ja, hier, komm mal her, komm mal her. Hier. Verdammt. Alter, wie viel? Siehst du nicht, da oben ist er jetzt bei... 210 jetzt. 210. Boah, noch einer. Noch einer. Alter, drei Leute. Deine ist groß, glaub ich. Ja. Obwohl... Ach, da hinten ist er ja. Boah. Lol. Ja, die schießen am Stimm. Echt? Ja. Na, jetzt haben sie uns gesehen. Im Kreis... Ja, da ist unsere Halle verkeppt man. Aber wir sind nicht in der Zone, da ist der Scheiß da dran. Ja, stimmt. Ja, die zielen auf uns, jetzt schießen die uns auf die Wichser, alter. Ich hab halt kein Wiss daran, das fuckt mich ein wenig ab. Oh, jetzt trau das sich wieder nicht hinter seinem Baum raus, der Lappen oder was. Wichser, alter, wirklich. Ja. Ja, jetzt... Hab'n nochmal zwei... Ey, ich hab'n jetzt schon viermal gesehen. Man könnte denn an deinen Arm schießen. Oder an deinen Kopf sogar. Hey, wie könnt'n'n ihr das sehen, alter? Vierfach Visier. Ach so, ja. Ich hab'n Reflexvisier, ich hab'n gar keinen Seite. Ja, ich hab'n... Auto, vorbei, fährt vorbei, genau vorbei. Ja. Aber den sieht man auch ohne Visier. Hey, gar net. Ja, natürlich sieht man das. Ja, den Typ, aber wie soll man bitte den seinen Arm sehen an nem Baum? Ja, man sieht halt Bewegungen, jetzt läuft er weg. Oh, der ist down. Ich hab'n sogar gekillt. Nee, du... Du hat... Oder hab'n ich das? Ja, du... Ja, ich hab'n gekillt. Ich hab'n wirklich gekillt. Ja, ich hab'n wirklich gekillt. Alter, ich hab'n noch gekillt. Loll. Ich hab'n mit Reflexvisier zu. Wir müssen weg. Zone. Oh, ja. Ja, wir sind eh in der Zone. Nee, sind wir nicht. Ja, halt echt. Da weg müssen wir noch. Ah, fuck. Da ist Zone. Oh, fuck, jetzt kommen sie. Scheiße. Auto, gut, ich bleib'n stehen. Oh mein Gott, wir haben ja Glück. Hat das schon mal die Zone ist? Ja. Ja, halt echt, halt echt. Aber schaut mal, wo die Typen sind. Ja, lass' mal hier irgendwo dahinter, oder? Oh, nein. Großklammer von mir. Auf dich? Ja. Fuck, auf mich auch. Ja, ich seh' den einen. Der steht da oben an dem Baum. Oh nein. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Kommt mal hoch. Ah, die haben mich fast. Die haben mich fast. Fuck nicht. Mich haben sie fast. Lass uns in die Hütte gehen. In den Haus. In den Turm. Ja, pass auf. Da könnten Leute sein, ne? Das war's. Ja, ich bin jetzt hinter einem Baum gegangen, Alter. Das haben die mich wirklich. Muss mich erst mal heilen. Okay, einer läuft rechts. Einer steht noch oben am Baum. Alle steht am Baum gerade. Das sind nur noch zwei. Das sind, glaub' ich, nur noch zwei. Ja, ja, das sind noch zwei, genau. Einer kommt ein wenig runter. Hall durch am besten erst mal. Ja, ich hab' nur verbannt, leider. Ich auch. Ja, ich hab' nur noch drei. Ich hab' nur noch drei. Gebraucht jetzt. Kann mir noch mal einen reinpfeifen, aber sonst... Hebe ich die trotzdem noch mal auf. Hab' mal ausgelockt. Oh mein Gott, Alter. Der ist in einem Baum. Jetzt müsste nur noch einer da sein, glaub' ich. Hoff' ich mal. Und den einen seh' ich nicht, aber ich wusste, wovon er... Boah, Alter. Schuss auf mich. Ungefähr weiß ich, wo er ist aber nicht genau. Oh, der krabbelt weg, der Typ. Musst du noch zu da landen, ja. Happen, Happen, Happen. Hast' ne, ja. Nice. Noch einer da noch. Ich weiß nicht, wo der andere ist, Alter. Ich auch nicht. 30 Sekunden Zone, ne. Au, au, der von rechts schlägt bei mir ein. Bei mir, bei mir, bei mir. Pass auf, Tim. Der, der schießt auf mich, ich seh' ich nicht. Ich versteh' das nicht, Alter. Ne, du musst gleich in die Zone reinkommen, ne. Ja, ja, gleich. Ich seh' den nicht. Ach, jetzt seh' ich nicht. Jetzt seh' ich nicht. Wo ist denn der? Sag mal, dann könnte ich auch mal gucken. Ja, das kann ich schlecht sagen, weil er an einer anderen Position ist. Das stimmt, ja. Richtig. Happen, zweimal geht es? Ah, jetzt muss ich erst mal kommen in die Zone. So. Fuck, Alter. Und der Typ kann mich sowas von offen... Pass auf, Stefan, da wurde ich beschossen, ne. Ah, jetzt schießt er auf mich. Ja, 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 ja. Loll. Weißt du, das mein' ich. Äh. Leute, lasst mal ein wenig so hierher. Oder, ähm. Weiß nicht, ey. Ist scheiße, ey. Kommst du her? Er schießt schön auf euch. Oder auf mich? Nee, auf dich glaub' ich. Auf dich glaub' ich, ja. Nee, nee, nee. Okay. Auf geht's aber. Pass auf, die Zone ist so klein, hier könnten so viele Leute sein, ne. Deswegen. Aber übelst. 22, also 19 Leute noch. Ja, genau. Mal abchecken, ob da nicht einer drin ist. Nice. Ohja. Tür zu. Ja, ja, bitte, 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 bitte. Okay, Leute, ich bin im Mega-Stand oben, so dass ihr wisst. Äh, die obere Etage, die Tür ist zu hier oben, ne. Echt jetzt? Ja, die ist zu, äh, zu, ja. Aufpass, okay. Ich hab' zwei Granaten zur Not noch, ne. Nee, warte mal. Hey, sowas sollten das für'n Unterschied machen. Na ja, der wird um die Tür aufbauen und oben nicht. Ja. Oben auf dem Dach ist es Tyler, also ich sehe zumindest. Oh mein Gott, Tim, wir haben Glück, Chris Mutti von mir. Alter, lol. Krass. Aber, nee, nur für dir, nicht für mir, sonst was. Ach, scheiß. Egal. Ah, man, jetzt ist die scheiße Zone oder so weit weg. Ja gut, eigentlich nicht heute, aber. Schau, das ist gut. Erstmaßig selber natzen lassen, also die anderen Spaß nicht, sonst erstmal alle wegnetzen. Wir gehen nicht hoch aufs Dach, würde ich sagen. Doch, ich geh mal kurz da auf. Jetzt geh mal weg. Ich geh ganz kurz da auf. Das ist ja gut. Das Problem ist, ich sehe diesen Sniper nimmer, der uns da geschossen hat. Was? Geht denn einfach nicht? Nee. Ja, wir müssen ja auch gleich weiter, gleich weiter gehen, Tim. Wir müssen alle weiter gehen gleich. Ja. Wir müssen aber nicht so weiter gehen. Okay, Schluss, von rechts. Warte, ich zieh mir die Scar noch mal. Nee, 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 nee. Ich höre, hallo, eigentlich müsste ich das noch lauter hören. Ach nee, das ist vom Wald aus, oder? Ja, von da kam's irgendwie, denke ich mal. Ja. Scar macht mehr Schaden in dem Spiel hier, oder? Weiß ich nicht. Ich mag das gar nicht so. Wieso lieber M60 Scar? Okay. Also ich persönlich jetzt. Ja. Oh, wir müssen los, los, los. 10 Sekunden. Ja. Auf geht's los. Puh. Aufpassen aber trotzdem, ne? Ja, schon. Auf jeden Fall. Von rechts kam Schuster von links, ja, Nego. Ja, ich weiß, ich weiß. Links aufpassen. Wir müssen am liebsten hochgehen, Alter. Ach nee, lass weiter laufen. Oh, fuck. Äh, was machen wir jetzt? Okay, rechts. Hier ist halt richtig scheiße, ne? Ja, rechts kann man uns verstecken ein bisschen. Hier, rechts, ja. Oben eine Hütte geben wir, okay? Ich hab grad eine saugere Position, Alter. Du? Komm hoch hin. Scheiße, wir kommen da nicht hoch, Dego. Ey, Tim. Ach, fuck. Lass zurückgehen, lass zurückgehen. Wir kommen da nicht hoch. Sind wir hier noch in der Zone, ja, ne? Ja, ja, verstecken wir uns hier, hierher. Alter, ich bin so knapp am Rand von der Zone. Ey. Okay, wenigstens ist die nächste Zone sauer. Die Leute noch, Leute. Vier andere. Vier andere noch. Wow. Jetzt aufpassen, jetzt aufpassen. Noch ein Team. Ja, ein Team oder noch einer, oder? Vielleicht wurden die auch genutzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren hinter mir noch Schüsse. Vielleicht laufen da grad noch welche zu mir her. Auf jeden Fall erstmal nix machen. Oder lass, lass ein wenig suchen. Wir müssen die ausfindig machen. Ja. Bevor die uns sehen. Ah, ich seh an. Wo? Bei Südwesten oben, oben auf dem Berg. Ganz oben auf dem Berg. Südwesten? Da steht, ganz oben am Rand und läuft da grad rum. Seht ihr den? In der Nähe von diesem Jägerstand da oben. Ah, sorry, Sislander. Das Obo jetzt hier. Warte, ich mach einen Wegpunkt. Hier ungefähr. Warte. Warte, warte. Hier ungefähr ist der. Der wo? Direkt am Jägerstand. Da ist das Silo aber im Weg. Zwei Leute sind da. Ach so, ja. Oh ja, ich seh ne trotzdem, ja. Ich seh ne. Echt jetzt? Ja, ich hab ne gesehen, ganz kurz. Der stand da oben direkt auf dem Berg. Zwei Leute sind da oben. Einen hab ich aber nur gesehen. Die stehen beide nebeneinander. Aber die sollten uns hier unten eigentlich nicht ausmachen, oder? Oh, ich seh ne, ja. Ich seh ne. Also zumal zwei. Als mich haben sie noch nicht gefunden. Ich hock nämlich im Schatten. Die schauen von da oben halt runter, ob sie irgendjemanden sehen. Aber die müssen, wenn die Zone kommt, müssen die weglaufen. Da müssen die von da oben weg, hoffe ich zumindest. Ja, ja, ja. Hoffe ich zumindest. Aber wir auch müssten auch hier weglaufen. Nee, verdammt. Nee, doch nicht. Nee, 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 passt. Dann muss haben wir Glück. Wir haben Glück, ja. Ja. Ich muss ein Stück vorlaufen. Die Frage ist halt jetzt, ob das alles die vier sind da oben, ne? Ja, sonst glaube ich. Denk schon. Aber ich hab jetzt immer nur... Der Einzug kommt jetzt von hinten, hätte ich schwirren können. Echt? Aber hinter uns ist die Zone. Ne, stimmt halt echt. Okay. Ich bin in der Zone jetzt drin. Ich hab ihn jetzt nimmer gesehen da oben. Wir müssen aber kommen, glaube ich jetzt. Oder? Beobachte das Ganze, Alter. Jetzt haben wir eine Chance, das zu reißen hier, Jungs. Oh nein, Alter, ich hab so Bock. Ja, auf jeden Fall ruhig bleiben. Das ist sauwichtig. Ah ja, die nächste Zone ist sau nah bei uns. Jetzt haben wir Glück, Alter. Wir sind drin, Tim. Wir haben so Glück. Ja, wir haben echt sauglück. Also die da oben haben jetzt irgendwie verkackt, ne? Alter, nur... Ja, ich sehe zwei, ich sehe zwei. Drei Leute nur... Ja, ich seh's. Hopp, lass schießen. Los, los, los. Ich seh sie noch nicht, ach da. Fuck, Alter. Einer ist down, einer ist down. Ich platz den erst mal. Einer ist down. Der andere ist irgendwo nach rechts gelaufen oder so. Ich bin fast tot, ich muss mich halten kurz. Halt dich, halt dich, genau. Hab auch nix mehr, leid. Ich hab nur Schmerzmittel, wenn ich einen Energy Drink trink. Mach einfach. Scheißegal. Rauchgranate haben die geworfen? Ich, ich hab's geworfen. Ja, wir sind jetzt nix mehr halt. Ja, der eine... Also ich hab den sowieso nicht gemacht. Auch weil es irgendwie nicht zu Vorteil läuft. Ja, ich hab's einfach nur gemacht. Zur Ablenkung irgendwie, keine Ahnung. Das ist es. Also wenigstens sind wir nicht alle in der gleichen Position. Wir sind verteilt. 4, 5 so blaue Container. Kannst du das schon tauschen? Ach so, was machen? Ach ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Eines seh ich. Hat nix gebracht, glaub ich. Angehittet. Der ist hinter dem, hinter dem gelben Dings, hinter dem gelben Generator ist der. Diesen kleinen gelben Wagen da. Bei 240. Weiß ich nicht von euch aus. Keine Ahnung. Kann das sein. Wie ist der denn, Stefan? Ne, ich seh ihn gar nicht. 240 hast du gesagt. Warte, warte. Weiß ich nicht. Da ist so ein gelber komischer Strom. Ja, ja, ich steh den. Ah, ja, da läuft einer, da läuft einer. Bewegt sich was. Hab einen ausgelockt. Oh ja. Nice, 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 nice. Das stimmt in der Zone vermutlich. Nee, nee. Glaub ich nicht mehr, aber wir sind immer noch in der Zone perfekt. Kann die uns was? Nee, kann sie nicht. Gut. Ich seh halt auch keinen, ne? Oh, auf mich. Schuss. Pass auf, pass auf. Nicht sterben. Er hat mich, er hat mich. Echt? Äh, fuck. Ja, pass auf, der ist direkt hier. Der ist auf... Der ist direkt hier eigentlich wohl. Alter, die Flexzone, ne? Beides näher. Ich glaub, der heilt sein Kumpel gerade, man. Jetzt. Weiß ich nicht. Ach nee, ja doch. Jetzt heilt er nicht. Der ist in am gelben Generator. Ja, genau. Dahinten lassen beide. Dahinten lassen beide. Da. Leute. Warte, Mann. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Stefan. Tim, geh. Tim, lauf mehr rechts. Und jetzt hol's weg. Oder geh weg, geh weg. Die Zone kommt, die Zone kommt. Geh zurück. Wird ausgelockt. Fuck. Oh nein, ey. So wie ich das hinkriege. Tim, du musst das reißen. Alter. Du musst das reißen. Du's gewinnst mir scheiße. Links. Da. Ach, vergiss es. Alter. Ach, nein, ey. Ach, Mann, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Zumptal 2018Ésid. Ich schaff. In Instagram pin abgestellt. Schlagem. ầica. ителей Natal. Ach, VersAMP Rabbi. As. Ach, Verja. Ach, Verja. rewarded in지가 total und ziel.